So! Jo! Gegen die Bayern München! Gut, meine Trainer hat nichts geschrieben. Dann machen wir halt so. Wie gehabt. 10 Sekunden Knoten. 5-6-7-8-3. 11-8. 9-11. 10-8-9. 10-8-9. 10-2. 10-8-9. 11-18. 11-18. Okay. So, Leo gegen Bayern München. Mit wie beginnend. Leo drei Punkte. Bayern. Ich brauche nicht dazu sagen. Oh! Kerstbomber. 1-0. Maltini. Du Wabler. 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 Ein gutes hat es schon für Leon. Neue ist heute nicht das sicherste. Aufsatz 2. Habe ich befürchtet gepasst. Nein. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass er den nimmt. Wie gesagt, heute ist neue und echt das sicherste. Ich will 3-4 Bälle auslassen hier nochmal, bis es empfängt. Oh. Oh. Okay. Oh. 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 Oh, oh. der sich so vorgelegend hat, dass er noch abbremst hat, dass er ihn erwischt. Und mit dem Pass gar nicht mehr gerechnet, eigentlich gesagt. Der war auf einmal dann ein Langfam Tor. Ja, nach wie vor führt Leo mit etwas mehr Glück. Ja, wir planen doch ein Besuch. Ah, das gibt's nicht. Lewandowski mit dem Ausgleich. Er kann an sich proben. Jetzt habe ich schon befürchtet, dass das Abseits war. Erstes Tor. Für ihn im laufenden Wettbewerb. Für ihn. Für ihn. Für ihn. Boah, schöner Ball. Wunderschöner Ball vom Tommy. Und alles vergesen. Wirklich alles vergesen. So, die erneutte Viewung. Und das Doppelwechsel. Das war's, was es geht. Eure Gut abdeckt Gut abdeckt Gut abdeckt Gut abdeckt Esquemas 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 Gut abdeckt Gut abdeckt Gut abdeckt Oh mein Gott! Nein! Jetzt schwindet Leo da! Nein! Awesome! Jetzt schwindet Leo da! 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 Dann schwindet Leo da! Dann schwindet Leo da! Eigentlich wollte ich den mal weg spielen Leute. Oh, stopp! 2 zu 2! Leo. Hart gekämpft für diesen Punkt. 4 Punkte damit. So. Mal auf Ja. Danke. 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 Danke.